Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr euer Traxxas Modell auf NIMH oder LiPo umstellt. Schalte als erstes die Fernbedienung und dann das Auto an. Um das Auto auf LiPo umzustellen, musst du die Easy Set Taste gedrückt halten, bis das Auto zweimal piepst. Jetzt ist das Auto auf LiPo umgestellt und die LED leuchtet grün. Um das wieder rückgängig zu machen, musst du wieder die Easy Set Taste gedrückt halten, bis das Auto dreimal piepst. Jetzt ist die LED wieder rot und das Auto ist wieder auf NIMH gestellt. So Leute, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und lasst noch ein Abo da. Tschüss! 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 Schäger!